Durch unsere neue Kooperation mit Pangolin Laser Systems wird in der neuesten Version von Vision jetzt die Platzierung und Steuerung von Laserprojektoren vollständig unterstützt. Mit dem neuen Werkzeug Add Laser können Sie ganz einfach Laserprojektoren in Ihr Vision-Projekt einfügen. In den Objekteigenschaften können Sie dann eine Gerätenummer für die Steuer-ID des Laserprojektors eingeben. Über eine Netzwerkverbindung können Sie alle Laserprojektoren in Vision mit der Beyond oder QuickShow Design Software von Pangolin programmieren. Synchronisieren Sie so alle Laser- und Beleuchtungssequenzen, während Sie in einer einzigen Umgebung arbeiten. Freuen Sie sich auf neue Gestaltungsmöglichkeiten mit den neuen Laserprojektoren in Vision.